Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Splatoon. Wir beginnen weiter mit Level 17 im Visier der Octo-Schützen. Yay. Wir sind jetzt in der vorletzten Welt, glaube ich. Auf jeden Fall sieht das auf der Karte so aus. Das scheint die vorletzte Welt zu sein. Und wir sind ein Octo-Schütze. Oh Gott. Ja, wir haben einen Sniper. Taufe vielleicht lieber ab. Mache ich vielleicht. Okay, Moment. Kann ich verarschen, den kann ich verarschen. Einfach hier rüber und dann mache ich folgendes. Tschüss. Fettsack. Okay, weg mit dir. Sehr schön. Dann kann man den anderen beiden, den hier, wo und den hier, die sind ja kein Problem. Sehr schön. So, hübsch, hübsch. Ja, danke, danke. Du siehst aber ziemlich komisch mit deinem Grinsen aus. Muss ich sagen. Das macht mir Angst. Okay. Ziemlich holzig, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, tschüss. Oh, noch ein Schütze. Oh Gott. Hör vorsichtig, Nummer drei. Ja, okay, ich bin vorsichtig. Hör vorsichtig. Wieder ein Netz. Sehr schön. Hey. Nein. Nein. Schüpp. Oh mein Gott. Hör auf. Hör auf zu schießen. Geh lieber in Deckung. Okay, ja, will ich. Will ich, will ich. Wollen wir nach hier oben. Zack, bin in Deckung. Okay. Das sind genau nichts. Okay, okay. Wir können das hier tun. Zack. Oh mein Gott. Was? Das sind ja noch mehr. What? Äh, ist da unten irgendwas tolles? Ja, nicht kurz gerade. Geh ich auch wieder raus. Ja. Okay. Ähm, wie machen wir das? Vielleicht so? Äh, wir können das so machen. Auf jeden Fall komme ich weit genug. Okay. Stirb. Nein, ich komme nicht weit genug. Äh, ich muss nicht da oben. Aber ich möchte am besten, wenn die weg sind. Die sind weg. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Zack. Okay, jetzt überraschen wir die. Tschüss. Oh mein Gott. Tschüss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, sehr gut. Ja, danke, danke, danke. Wir haben die Schriftrolle. Das heißt, wir können einfach mal getrost einfach abbauen. Äh, noch einer von denen. Zack. Bringt genau ja auch nichts. Okay, hier darf man da rüber kommen. Komm her, komm her, komm her. So, ich muss noch da hinten schießen. Stirb. Okay, Moment, krieg ich das hier hin? Nee. Dann mach ich halt das da. Zack. Stirb. Okay, okay. Sprungfeld entdeckt. Wo ist das denn? Da oben. Achso, ich kam da einfach dran hinten. Sehr schön. Aber ich muss aufpassen, weil da ist einer von diesen blöden... Ich fress dir alles wegfischen. Aber es gehört mich nicht. Okay, yay, türkisene Bäume. Warum nicht? Okay. Zack. Mehr Ballons. Äh, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Das ist nicht gut. Oh. Zack. Oh mein Gott. Wow, ich hab nicht gedacht, dass ich diesen Sprung überlebe. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ohoho, exzellent. Exzellente, danke, danke. So, letzter Checkpoint. Zerstören wir die mit unserer Fettnerrüstung? Da oben ist der Elektrowelt. Ja, den hole ich mir gleich. Nachdem ich die alle umgelegt habe. Oh mein Gott. So, oder sie mich. Okay. Äh, das ist gefährlich. Schöp. Wo ist der? Oh mein Gott. Tschüss. Der erste ist weg. Okay, ist noch da hinten. Kann ich schon mal schießen. Man muss da dann wieder aufpassen. Oh mein. Das ist. Nein. Oh mein Gott. Nein. 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 Gar nicht drauf gehen. Nicht gut. Nicht gut. Hat auch nichts gebracht. Tschüss, 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 tschüss. Okay, das geht, das geht, das geht. Noch ein kleines Stückchen. Ja, hier, friss. Und tschüss. Sehr schön. Das hätten wir erledigt. Sehr souverän, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich das so sagen darf. Zack. Und du bist meiner. Ich hab dich elektrisch. Ich hab dich elektrisch. Amüsierter Octo-Schütze. Okay, die sind auch echt cool. Eine kleine Herausforderung. Warum nicht? Mein Gott, juckt mein Arm gerade. Ich glaube, ich hab hier irgendwo eine Mücke in diesem Zimmer. Verdammt. Okay. Level 18 haben wir vorhin nicht gefunden. Diese beiden jungen Damen haben mit ihrem Lied dem Publikum beim Nachwuchs Gesangswettbewerb die Tinte in die Augen getrieben und unter tosender Applaus den Sieg nach Hause getragen. Moment, sind das nicht diese beiden Tintenfische vom Anfang? Die, wo immer sagen, welche... Ich hab deren Namen vergessen. Ich weiß, die rechte hieß Limone. Ich hab die andere vergessen. Du bist ja echt nicht ohne Nummer 3. Ja, danke, danke. Jetzt ist die Frage, wo finde ich Level... 18, glaube ich. Vielleicht... Ja, hier finden wir. Okay. Okay, ich könnte ja auch hier lang gehen. Nein, das will ich nicht. Aha. Zack. Wo könnte Level 18 versteckt sein? Nee, wieder oben. Ich sehe nicht, du hast es wieder da oben was versteckt. Du bist Level 20. Du bist Level 20, okay. Du bist Level 21. 20. Ich bin nicht tot. Sehr gut. Level 21 springen auch nicht. Ich springe einfach mal hier rein. Okay. Noch weiter nach oben geht's nicht. Du bist Level 21. Du bist Level 21. Ha. Wo könnte Level 18 sein? Äh! Level 18. Wo könntest du dich rumtreiben, mein Freund? Dann ist es wahrscheinlich irgendwo wieder unten. Dafür gehen wir zu Level 19. Zack. Du warst Level 19, oder? Ach, wo ist Level 19? Okay, ich denke, wenn ich... ...da mitgehe... Nein, hier unten kann es nicht sein. Hier gibt es einfach nichts mehr. Oder? Was ist da am Anfang? Noch da am Anfang sein. Werden wir gleich mal nachprüfen. Prüfen. Weil hier oben kann Level 18 nicht mehr sein. Da gibt es keine Anzeichen drauf. Okay, ich check mal hier am Anfang. Bist du zufällig Level 18? Du siehst aus wie Level 18. Du bist Level 18. Ja, Markt. Der streichen wirft. Ich sollte nicht so schnell wegdrücken. Und lesen, wie die Level-Namen sind. Was du ja magst, der Steichbürsten. Okay. Die Musik macht mir keinen Spaß, sondern mehr Angst. Ich finde auch nicht korrekt, dass hier diese Bürsten... Achso, Steichbürsten. Ja, macht Sinn. Lassen die Teile, Alter. Achso, da ist ja noch einer. Mein Ballon. Ich mache noch einmal einen, ich mache mich auch gerne. Okay, ja, streichbürsten. Machen alles Lila, finde ich nicht gut. Und... Zack, einmal hier rüber sprungen. Und die Seite einmal hier rüber springen. Zack. Den hätte ich gerne. Danke. Stirb bitte, mein Freund. Gehen wir, gehen wir. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Leute ich glaub ich muss nießen". Ich glaub ich hab's beim letzten mal vergessen rauszuschneiden. Verdammt. Das war nicht klug und nicht gut. Dö dö dö. Zack, stirb und zack, das ist meins. Und zack dann hier rüber. Stirb und stirb. Da bin ich jetzt auch drauf, danke. So, Moment, Moment, Moment. Dann tänne ich hier mal die ganze Wand kurz voll. Okay, und ich hoffe, dieses Mal schaffe ich das. Zack. Okay, geklappt. Yay. Meine. Bin ich fast totgesprungen. Bin ich fast in den Tod gesprungen. Oh Gott. Ich war für mich auch gar nicht. Nein, die Beste. Stirb. Nein, da waren noch zwei Döddelchen, die ich haben wollte. Pac-Man, bist du's? Okay. Hey, buddy. Stirb. Ich warte lieber auf die nächste Bürste. So, komm her. Zack. Die hätte ich aber gerne. Okay, da komme ich auch so rüber, hoffe ich. Zack, ja. Sehr schön. Okay, ich bekomme in dem Level ein bisschen mit der Panik zu tun. Ich brauche noch ein bisschen. Zack. Oh, mein Gott. Stirb bitte. Danke. Hey, ein Schlüssel. Okay, den Ballon hätte ich gerne. Versuchst du Captain Castlefish nachzumachen? Ja, dachte ich mir auch gerade. Zack. Okay, der scheint nichts mehr zu sein. Okay, zack. Zack. Sehr schön. Okay, und ich kann mich, ob wir eigentlich Nummer eins und Nummer drei, äh, eins, Nummer eins und Nummer zwei auch noch echt kennenlernen werden, so persönlich. Wie die irgendwie sehen werden. Hör, was, was, was? Abtolinge. Stirb bitte. Okay. Noch einer. Oh, mein Gott. Wo, 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 wo? Nein, der ist blöd. Hey, mein Schlüssel. Hallo? Du, 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 du. Ja, Moment, ich will die ganzen Ballons haben, dann kann ich ja gehen. Hey, mein Ballon. Okay, und die Käste rein. Hier, krieg ich gerne. Okay. Kann ich hier aufmachen? Vielen Dank. Und da rein. Hallo, mein Freund, du Elektrowelt. Okay. Haben wir noch genug Zeit für Level 19? Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Okay. Gut, jetzt, wo war Level 19? Ich glaube, du hier warst Level 19. Kann ich da einfach drauf tippen? Oh. Äh, tägliche Schlussverkäufe im Bui-Bazaar? Bui-Bui-La-Bazaar? Gott, ich kann dieses Wort immer noch nicht aussprechen. Äh, tägliche Schlussverkäufe im Bui-Bui-La-Bazaar. Nur die beste Mode zu den besten Preisen. Wer sich hier nicht blicken lässt, braucht sich nirgends mehr blicken lassen. Oh. Okay. Ja, das sind diese ganzen Dinger, die man da im Shop kaufen kann. Mit Dinger von Verstärkern und so. Und so. Zack, einmal da rüber, bitte. Niauu. Zack. Äh. Ich würde gerne in dieses Loch da hinten springen. Achso, habe ich auf den falschen getippt? Muss ich auf den hier tippen? Ja. Oh, cool. Ich kann einfach durch Wände springen. Warum nicht? Yay. Dann holen wir mal. Ich habe vergessen, wie der Level heißt. Der heißt... Durchdrehende Plattform. Yay. Das kann ja nur Gutes bedeuten. Da-di-do. Okay. Alles dreht sich. Da-di-do. Oh, Leute. So-di. Zaubere Arbeit Nummer 3. Vielen Dank, vielen Dank. Okay. Äh. Ich frage mich, ob die fies sind oder nicht. Und ob die die... Rolle irgendwie einfach auf der anderen Seite von so einem Teil verstecken. Oh, da ist ja ein Ballon. Hallo. Und da sind noch mal Kugeln. Nein, ich habe die Kugeln liegen lassen. Das ist nur deine Schuld. Stimmt. Okay. Okay, okay. Ich habe Angst, dass ich die Schriftrolle irgendwie jetzt verpasse. Es könnte ja echt sein, dass die einfach irgendwo da unten hängt. Und du musst dich so mit so einem Tintenfisch dann da in der Dinge halten. Verstehen Sie, was ich meine? Äh, ich denke nicht, weil ich das nicht blöde erkläre. Aber was sonst. Pass auf, da oben! Stirb, ja. Brauchst dir keine Sorgen machen. Brauchst dir keine Sorgen machen. Ich weiß, was ich brauche. Fuck. So, meistens. Okay, dreht sich das Teil da eigentlich? Ja, sogar das dreht sich. Sehr cool. So, zack. Aber hier volltenten. Bär. Ich probiere das jetzt echt mal aus. Äh, ist hier unten was? Ne. Jetzt habe ich Panik. Äh, wieder zurück. Danke. Dadido. Okay. Ich habe halt echt Angst, dass die irgendwie unter solchen Teilen irgendwie was da stecken. Ist da irgendwas? Das sieht nicht so aus. Deswegen denke ich einfach mal, da ist nichts. Aber ich hoffe es einfach. Zack. Und. Zack. Und Bärms. Okay. Äh, hier links wo rechts ist nichts. Checkpoint! Wird es bloß nicht ab, wenn sich das Ding sehr neigt. Zu sehr neigt. Äh, mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich habe genug Mario Sunshine gespielt, um mich mit solchen Plattformen auseinandersetzen zu können. Dadidu! Ich habe das dumpfe Gefühl, da unten war was. Ich weiß nicht warum. Ah. Wo geht es denn als nächstes denn? Wo könnte was versteckt sein? Vielleicht sehen wir ja von hier irgendwas. Da sehe ich nichts. Ah, da hinten. Da hinten. Seht ihr das? Wo dieses kleine orange Fleckchen ist? Wahrscheinlich muss man da oben reinkommen. Oh, die verstecken das so unauffällig hinter einem, sodass auch wirklich niemand hinschaut. Okay. Wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen und hoffen, dass es jetzt was ist. Okay. Mein Ballon. Danke. Dadidu. Ich würde sagen, du hast den Dreh raus. Äh, ja. Schon längst. So, erst wieder hoch. Düdül, 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 düdül. Zack. Dadidu. Oh, wir haben 1000 Punkte. Wir können uns das nächste Waffen-Upgrade kaufen. Dadidu. So, Moment. Okay, ja. Das hat sich nach dem Engang gehört. Yay. Super. Perfekt. Hier drin war es. Düdül. Dadidu. Du. Du musst die drei Plattformen hoch, um zum Elektro-Wels. Okay, ja. Das kriegen wir hin. Waffe ich mal. Und. Ups. Düdül, düdül, düdül. Moment. Das ZMP gleich noch voll. Zack. Auf die andere Seite noch. Aufpassen, aufpassen. Ja, nicht drauf gehen. Und. Zack. Auch noch da oben. Schnell, schnell, schnell. Elektro-Wels. Nein. Oh mein Gott. Ha. Ich bin da, mein Freund. Hallo. Ja, so kommt man da hinauf. Yay, ein neuer Bonus. Sehr schön. Und einmal kurz strecken. Oh mein Gott. Durchdrehende Plattformen. Sehr schön. Gewert des großen Wuschlingen. Was gewährt das große Wuschelige den kleinen Gestreiften ein Zuhause oder steuert kleine Gestreifte das große Wuschelige. Vermutlich ist das egal. Achso. Äh. Äh. Anemonen und Klauenfische. Sehr schön. Da gibt es ja Anemonia oder wie die da heißt. Keine Ahnung. Äh, Level 20 warst du hier. Wuhu. Zack. Hallo. Oktoling-Hinterhalt im Blaufloss. Blaufloss-Depot. Nein, nicht wieder so ein Oktoling-Hinterhalt. Sowas will ich doch nicht. Und äh, warum mache ich das eigentlich? Eigentlich ist der Part beendet. Wir haben noch drei Minuten. Ja, was soll's. Dann machen wir das auch noch. Ähm. Die Oktoling-Hinterhalt mit den Algen auf dem Kopf sind echt gefährlich. Wirklich? Hallo. Versuch's von oben, Nummer drei. Ähm. Okay. Oh, hier waren wir ja schon. Oh mein Gott. Achso. Wäre so gefährlich das auch wieder nicht. Hör einfach drauf los. Dann wird das schon. Ja, hab ich gemacht. Hat geklappt. Vielen Dank trotzdem, Mann. Für diesen total unnötigen Tipp. So. 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 Äh. Tschüss. Oh mein Gott, ne Bombe. Juhu. Gott, jetzt muss ich wieder diese blöde Schriftrolle finden. Vorhin war sie ja da hinten. Ist sie jetzt wieder da? Ist man das ja gleiche Level? Äh, doch jetzt gerne, danke. Zack. Ist sie wieder hier? Nein. Schade. Spezialwaffe. Ja, Bappenhage. Bäääää. Der brauch ich noch nicht. Noch sind das ja nicht so viele. Okay, 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 okay. Äh, hier scheint wieder nichts zu sein. Nee. Scheint's echt nicht. Okay. Zack, einmal nach hier oben. Vielleicht ist jetzt hier links was. Ist das der einzige Weg nach oben? Ich denke. Oh. Ähm, Moment. Wenn hier jetzt jemand ist, dann verschöne ich das natürlich. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Tschüss, tschüss, tschüss. Stirb. Ist jetzt jemand gestorben oder nicht? Nein, der hat es überlebt. Oh nein, der ist da oben. Ja, du kannst mal kurz warten. Äh. Oh, nicht. Spezialwaffe im Schild. Okay. Ja, hallo. Zack. Kannst mich mal. Okay, neuer Checkpoint. Äh. Achso. Ich hätte gar nicht bemerkt. Äh, der Elektrowels muss da irgendwo sein. Ja, super. Ich passe mal erst mal auf den Elektrowels, wo... Oh, ne Tintzuka. Zack. Stirb. Wieso stirbst du nicht? Sehr schön. Okay, wo ist denn diese blöde... Da unten wahrscheinlich irgendwo, oder? Da waren wir ja noch nicht. Schauen wir einfach mal. Äh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Blöde, blöde. Da oben waren wir schon, oder? Ja, hier oben waren wir schon. Ja, hier waren wir echt schon. Okay. Hier scheint keine Schriftrolle zu sein. Was soll's? Dann schauen wir hier oben. Zack. Und hier rüber. Oh, was tue ich? Ich bin doch total blöd. Was soll's? Hier hat mein Checkpoint. Zack. Der Elektromels muss da oben sein. Äh, you don't say. Sehen nur noch mehr Rüstung. Und das auch nichts. Du geh mal bitte drauf. Du störst mich nicht nur. Tschüss. Oh Gott. Okay. Ähm. Tschüssi. Können wir jetzt noch da oben gehen? Hier oben muss noch irgendwas sein. Nein, gar nichts. Ah, da unten. Da unten. Da unten. Ich hab's gesehen. Yay. Gedanke sei mal im geschulten Auge. Uh. Auch nach da hinten. Nein. Nach da hinten. Zack. Oh, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich nehm vielleicht diese Tinsuka nochmal mit. Zack. Yay. Zack. Ami alles volltinten. Yay. Ami rüber. Zack, 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 zack. Los, los, los. Inklink, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wart es eigentlich schon längst zu Ende. Okay. Und zack. Auf nach vorne, nach vorne, nach vorne. Plopp, plopp. Okay. Ach so, das war's schon. Ja gut, dann tuten wir dich kaputt. Bam. Yes. Back to Linken teilt im Blauflossendepot. Yay. Doppelter Bonus. Und, bevor wir jetzt mit Level 1 im nächsten Part weitermachen, tun wir doch in diesem Part. Ähm, zack. Erstmal diese Schriftrolle vorlesen. Das neue Album Fresh Kids von Squid Squad bringt ihren ohnehin genialen Squidcore-Sound auf einen völlig neuen Level der Freshness. Moment mal. Und die Tentakel zum Wackeln. Das perfekte Sound für einen Revierkampf. Soll das zufällig Echo Smith sein? Ich weiß es nicht. Ich meine ja nur Fresh Kids, Cool Kids und die Band da. Ich weiß ja nicht. Kann ja sein. Ich denke schon. Die erinnern mich irgendwie ein bisschen an die. Also, okay. Von mir aus. Und wir holen uns hier die nächste Stufe. Zack. Heldenwaffe Spezial. Okay. Feuergeschoss mal 2. Okay. Wir begeben uns erstmal zum nächsten Level. Und dann. Was ist das? Oh. Das regnet Elektrowels hier. Es gäbe es kein Morgen. Okay. Uns fehlt noch ein Elektrowels, wie da oben angekündigt wird. Und. Dennoch aus dem nächsten Part. Das war es heute. Mein Name ist Vitus. Und im nächsten Part. Äh. Besiegen wir wahrscheinlich den Boss. Ciao. Ciao. Tschüss.